Musik Ein magischer Sonnenaufgang begleitet von einer reichlichen Farbpalette und der Stille des grossen Gewässers, unbekannt was uns erwarten wird, über mehrere Tage hinweg auf der Suche nach den Echten. Musik 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 Spiel Musik Musik Nice. Ein richtig guter Einflug gehabt. Mit Absenkphase. Richtig alt nah. Steht schön drin. Ja, ist schön. Ist ein guter 90er. Nice halt, Mann. Sehr schön. Schön vorne und innen. Seitlich im Maulwinkelkabel. Perfekt. So beschädigt er mir das Hardbono nicht. Geil, amigo. Schön, willst du cashen oder von Hand? Von Hand, von Hand. Das hätte es uns nicht gegeben. Die Kurs vor dem Boot. Wo waren das? Drei Meter vor dem Boot? Ja. Ist die Bremse auf? Ja. Oh, das war jetzt die Bremse? Ja. Oh, shit. Hast du eigentlich das Messband? Da ist der kleine Verbrecher, Mad Max 2, wieder zugeschlagen. Und der Nicky, ein weiterer Fisch im Drill. Ein kleiner Pike. Das wäre hier ein Keeper. Prototyp Baitcast. Fühlt sich an. Impressionen. Ist egal, die guten Ruten für den Prototyp. Der Hardbon weiß, wie man Ruten macht. Hehehe. Nice. Helziger. So geil. Wir haben hier verdammt geknommen. Wir sind in zwei Tächte, Andréla am Greifensee. Du hast dich mal ein Erlebnis. Hat der Power? Schon der Witz, ja. Vielleicht der Erste. Heute läuft es mit Wels. Der erste Stefan zurückgeschlagen. Mit dem Phantom Dog Shed. Und ich den neuen Mad Max 2. Hau für Evolution Tackle dran. Und bam, sitzt der Wels. Richtig geil. Fette Einschlag. Einen richtigen Sog. Und jetzt einfach nur noch Druck. Ja Manns, haben wir es gerne. Boah. 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 Jaaaaah. Da kommt das Möbel. Witzeli grösse. Na ja, vergleichgrösse. Aber du hattest ihn voll weg. Der Gummi ist sogar weg. Ich höre auch noch. Du hattest ihn voll weg. Du hattest ihn voll weg. Da ist er mal weg. Das ist ein Naja. Wir sehen, wie es jetzt auch klappt. Der hat richtig gedampft. Das kannst du auch hindern und das Boot selber drehen. Das soll ich hindern. Warte, ich will dich schnell essen. Oh Scheiße. Der hat verdampft. Drei Minuten. Du bist am Drillen. Es wird auch total geile Aufnahmen geben. Ich will die Sonne als Hintergrund wählen. Boah Scheiße. Eigentlich nicht verlieren, Bro. Nimm dir Zeit. Warum ist die Dottiste? Hängen kannst du da keine haben. Das ist die Greife. Der ist fett. Also ein Lautvideo ist der richtig fett. Der ist fett. Sicher nicht, dass es nochmal klappt. Oh ja. Bremse, Bremse. Gib ein bisschen Bremse. Das ist nochmal ein Meter. Das Junge muss es klingen. Geil, Omini. Wenn der Anhebe sitzt und der Fisch dahin ist. Yes. Auf der Feierabend. Alter, der geht ab. Jetzt haben wir uns gesagt, wir haben noch 10 Minuten, dann machen wir Feierabend. Und jetzt hat er es tatsächlich noch hergebracht. Einen wunderschönen Bike. Auf einem kleinen Shad. Lief zu bekommen. Amigo, das ist schon... Genauso um diese Töne. Einen Emotionen. Cooler Schiff, Mann. Ganz dort glitten in der Hitze. Und jetzt ba-bam. Unterstützung, Unterstützung. Amigo. Legomio. Alter, was? 1-3. Meine Bessie.